Hallo meine lieben Kinder, jetzt kommt unser Thema, Lebensmittel 1, Teil 3. Was ist das? Das ist das Mehl, das ist das Mehl, das ist das Mehl. Was ist das? Das ist die Schokolade, das ist die Schokolade. Was ist das? Das ist der Kuchen, das ist der Kuchen, das ist der Kuchen. Und jetzt von vorne an. Sagen wir alle Wörter zusammen. Das ist der Laden. Das ist das Geld. Das ist der Einkaufszettel. Das ist die Torte. Das ist das Salz. Das ist der Reis. Das ist das Mehl. Das ist die Schokolade. Das ist der Kuchen. Dankeschön. Tschüss.